Also habe ich auch eine gewisse Exklusivität bei dir? Oder wenn du die Gelegenheit hättest, was bei jemand anders zu machen... Je nachdem, wenn wir das so sagen, ja. Wenn wir das so sagen, ja, wenn nicht, dann nicht. Ich denke, das wäre das Gleiche, wäre auch mit jemand anders passiert. Also momentan bist du schon, sag ich mal, mit einem ganz guten Abstand die Nummer 1 bei mir. Ja. Ich weiß nicht, warum du dann unbedingt willst mit jemand anders noch. Ich glaube, es ist immer gut, wenn man sich nochmal woanders ein bisschen abtastet. Das ist ganz klar, weil das gehört auch zum Spiel dazu. Du willst diesen Fokus noch nicht haben. Doch, will ich schon. Aber ich muss immer sicher sein, dass das... Das ist so früh für dich. Meinst du? Ich fokussiere mich doch auf dich. Ich glaube, wenn wir morgen aufstehen, ist das schon wieder alles über Bord geworfen. Das ist das Ding. Also würdest du nicht mit jemandem hier rummachen oder sowas? Aktuell nicht. Ich will mir sehr sicher sein, zu 100 Prozent, wenn ich mich nochmal verliebe in mein Leben. Weil das sollte schon die Frau sein, die ich heiraten werde. Das ist das mit dem weg, du gehst. Was? Was? Who asked?